Mein Name ist Lukas Lengley, ich komme aus Warnholz, bin 15 Jahre alt und ich trainiere für den Kickboxverein Wesendorf. Ich mache das jetzt seit drei Jahren und ich trainiere schon von klein auf mit meinem Papa. Ja, also mein Papa hat auch früher viel Kampfsport gemacht, aber jetzt aktiv betreibt er jetzt keinen Kampfsport mehr. Aber ja, also ich habe so quasi klein auf mit ihm trainiert. Ich würde erstmal sagen, man braucht seitens mal viel Zeit, also man muss mit viel Ehrgeiz rangehen, also man muss auch für sich zu Hause trainieren. Also man kann das so seitens mal für sich machen, aber wenn man was erreichen möchte, muss man schon mehr Gas geben. Ne, also Knockout habe ich jetzt noch keinen verpasst, weil wir kämpfen also noch Leichtkontakt. Aber man kann sich halt schon hart verletzen, weil also die Gegner, die kämpfen halt auch stärker und kommt halt schon zu Verletzungen. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Oliver Wagner, ich bin wohnhaft in Warnholz am Weißen Berge. Ich bin hier seit zwölf Jahren Trainer im Kickboxverein Kickbo Wesendorf. Und ich trainiere hier im Schwerpunkt die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen im Leichtkontakt Kickboxen. Lukas ist ein Talent. Lukas ist jetzt seit knapp drei Jahren bei uns hier im Verein. Er hatte vorher die Leidenschaft Fußball und Kickboxen. Ich konnte ihn überzeugen, den Fußballstiefler in den Nagel zu hängen und sich jetzt komplett auf das Kickboxen zu konzentrieren. Lukas hat jetzt zwei Jahre hintereinander die Landesmeisterschaft in Sachsen gewonnen. Wir wollten dieses Jahr schon auf den Deutschlandpokal kämpfen, aber er ist leider krank geworden. Die Pläne für nächstes Jahr sind auf jeden Fall die Teilnahme der Landesmeisterschaft. Und ich werde nächstes Jahr mit Lukas zur Deutschen und zum Deutschlandpokal fahren. Das haben wir uns ganz fest vorgenommen. Was zeichnet ihn besonders aus? Er ist a, sehr diszipliniert. Er hat unheimlich viel Motivation. Und er ist in der Lage, Kämpfe zu drehen. Also auch wenn er mal gegen einen etwas stärkeren Gegner antreten muss, hört er sehr gut zu. Setzt dann die taktischen Vorgaben hervorragend um und ist auch in der Lage, sich sehr gut auf die Gegner einzustellen. Und ihm dann im Grunde genommen seinen Kampfstil aufzuzwingen, um da entscheidend die Kämpfe für sich zu gewinnen. Das zeichnet ihn aus. Also ich möchte vor allem sehr dolle meinem Papa und allgemein meinen Freunden danken und meinen Trainer, dass sie mich seitens immer bei den Turnieren unterstützt haben und auch immer die mir die Kraft gegeben haben, weiterzumachen.